und damit hallo und herzlich willkommen zurück liebe wohnen wir haben jetzt die mission erledige bei nacht einen weiß wedel hirsch und verwerte ihn das ganze werden wir jetzt auch versuchen ich habe die uhrzeit jetzt auf 21 uhr gestellt und wir werden noch mal gucken ob wir hier etwas geachtet kriegen das finde kamen sie hier aber besser geregelt als bei diesen anderen simulator oder diesen handelsimulator auf ps4 weil wenn ich da die taschenlampe angemacht habe habe ich so gut wie gar nichts mehr gesehen das ist natürlich sieht natürlich ein bisschen besser aus ich meine das ist auch noch nicht ganz dunkel aber naja aber wir werden noch mal hin sprinten scheiß drauf von der total bescheuert ist was ich jetzt mache weiß auch keiner so wollte ich weiß nicht ob wir da erlegen müssen aber glaubt doch müssen der bereich sein oder nicht leute schuldigung ich weiß nicht was da los ist was immer wenn ich esse den musik immer so oft aufstoßen ist furchtbar natürlich schwarz weder da sind wir am baumstamm hängen geblieben kojote 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 so haben wir den punkt auch mal gekloppt so haben wir den punkt auch mal verteilt so haben wir den punkt auch mal verteilt beschissene freunde ist da unten jetzt erst mal irgendwie so was zu finden so weiß wedel höchst ist glaube ich gar nicht mal so einfach nicht dass wir hier schon bei der mission hängende wäre natürlich richtig ärgerlich dort ist der cojote der interessiert mich nicht brauchen wir jetzt noch nicht in cojote wir müssen jetzt erst mal was andere sie haben da wir werden uns da mal hinsetzen ein bisschen kohlen mit ein bisschen glück sehen wir irgendwann mit ein bisserl glück immer zu sagen pflege glück des tüchtigen würde ich mal behaupten aber das sehen wir wenn wir da sind wenn ich den hohen wie pech war mit dem nebel hier sucht gerade mal den mond über den findet ich gerade nicht es ist kein mond zu sehen haben wir echt klaren himmel ist doch kein mond zu sehen tatsache kein mond schade eigentlich wir gerne mal den mond angekriegt jetzt giftet noch regen hier hier waren die schwarzbäne spuren heute bei der anderen folge dann ist ein war pt juckt uns auch nicht jetzt läuft hier natürlich alles rum außer das was wir brauchen es ist furchtbar wie das immer so ist brauchst du nicht rennt dir das massenweise vor geflossen brauchst du unbedingt keine chance naja wie das immer so ist ihr kennt hat ja auch bestimmt braucht man nicht rennt dir massenweise schadenweise über die flossen brauchst du heute hat keine bock heute kommt man da nicht vorbei heute will und rück 9 hier ist sogar noch der jagd druck Höh-höh-höh-höh. Der Jagddruck ist da. Und jetzt plattert das hier wie Sau. Der Wind ist auch überhaupt nicht zu meinen Gunsten heute. Der steht mal richtig blöd. Aber naja, nun ist es so. Müssen wir damit auch klarkommen. Geruchsreduzierer habe ich leider gar nicht dabei. Ah, ich lacht. Die nehmen wir mit von. Den haben wir erwischt. Dann ist ja wohl klar, dass ich mit den mitnehme, Freunde, wa? Der sah ja gut aus. Der sah sogar mal gut aus. Wirst du auch eigentlich ein richtig guter... Oh, sag mir nicht. Fleischwunde. too. Aufpassen. fleischwunde habe ich den doch wieder so blöde getroffen glaube ich ja fast gar nicht doch wieder so blöde erwischt echt wieder so blöd erwischt hat für mich wieder genau nach dem treffer es ist doch ärgerlich doch wieder so schlechter treffer es ist doch immer ärgerlich freunde das sah für mich wirklich so aus als hätte ich ihn gut getroffen da täuscht halt manchmal ach ist doch ärgerlich freunde es ist doch wirklich ärgerlich wie soll jetzt wie soll ich den jetzt finden geht doch gar nicht ja 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 voll verkackt würde ich mal behaupten da ja na gut wir erst mal die mission dunkel ist ja noch ja freundlich weiß ich hätte jetzt die andere spur hinterher laufen sollen aber es ist immer ärgerlich was sagt denn die uhrzeit hier hingehen scheiße und die bitte nicht hinter mir ich höre wird aber sehe ist nicht und 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, Lichter. Wenigstens schon mal eingefunden. Oha. Was war das jetzt? Mir kam irgendwie eine Errungenschaft, die ich kriege. Weil ich nachts ein Tier geschossen habe. Trophäenart, Geweih, Stangen, extrem leicht, männlich. Nö, 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 nö. Schwarzwidlösch. Oh, schon. Oh. 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 Ich habe gedacht, dass ich heute schon wieder weggehe. Geräusche, die gar nicht da sind. Aber, na gut, da war noch einer, aber... Den werden wir wohl nicht mehr kriegen. Ha? So sieht das alles aus, hm? Ja, Freunde, ich würde sagen, die Folge neigt sich... So langsam den Ende, wollte ich gerade sagen. Aber wir werden noch mal korn. Nee, ich brauche gar nicht, da läuft er. Alter, was ist denn hier gerade los? Das ist ja Wahnsinn, was hier gerade abgeht. Das war der absolute Wahnsinn, Freunde, den werden wir natürlich noch mitnehmen. Das nutzen wir natürlich noch mal aus, da vorne liegt ja auch schon, zack. Ist natürlich, glaube ich, leider nur ein Schwarzwedelwisch, aber ist ja egal. Oder? Nee, weißwedel. Hat die Mission gezählt? Hat die Mission gezählt, Freunde? Äh, hat nicht gezählt, ne? Äh, es ist ehrlich. Ja, gut, Freunde, aber wir haben auf jeden Fall mal ein bisschen was gejagt. Äh, ja, damit würde ich auch sagen, wir verabschieden uns wieder und hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Okay, vielleicht machen wir dann ein paar Missionen oder gehen einfach mal in eine Multiplayer-Session rein und jagen einfach mal ein bisschen just for fun. Und bis dahin würde ich dann sagen, ja, hau doch rein, Freunde. Tschüssi!